Darf ich in dein Zimmer kommen? Darf ich? Darf ich da? Hast du nicht aufgeräumt? Darf ich da? Doch? Ja, dann kann ich ja reingehen, oder? Darf ich da? Gleich? Darf ich da? Jetzt! Darf ich da? Ja, irgendwann muss ich reinkommen. Du musst dich ins Bett bringen heute. Machst du was? Eine Überraschung? Okay, darf ich rein? Schuhe ausziehen, hast du gesagt? Also gut, dann warte ich. Dann warte ich, Papa. Warte ich, Papa. Dann warte ich, Papa. Dann warte ich, Papa. Du warte ich. Dann warte ich orange, Papa. Sag dir, Papa. Dann warte ich, Papa, wirキuum. Warte ich, Papa. Dann komm mit Mama eine Zimmer für 2007, huh? Warte ich, Papa, Frau Löcticamente. Dann warte ich, Papa, wir Sword bekommen. Vielen Dank.